Heute gehen wir erstmal ganz ruhig an. Wir sind in Freiburg im Seepark und da drehen wir jetzt eine kleine Runde um den wunderschön gelegenen See. Wenn ihr mitkommen wollt, dann seid dabei. Wir sind in Freiburg im Seepark. Wir sind in Freiburg im Seepark. Wir sind in Freiburg im Seepark. Und jetzt gehen wir mal zum japanischen Garten. Hier ist er. Wir sind in Freiburg. 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 Musik 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018